Rechtsextreme Strategien, antisemitische Strategien und Strategen sind durchschaubar. Sie, ob getarnt als angebliche Demokraten oder offen rechtsextrem, Sie wollen uns Angst machen durch Gewalt und Worte. Sie wollen, dass wir uns zurückziehen. Sie wollen die Hoheit in unseren Köpfen und auf der Straße übernehmen. Aber ich sage Ihnen, Sie werden sich täuschen. Wir sind wach, wir bleiben wach und wir werden das nicht zulassen. Die deutsche Geschichte hat gezeigt, was nach dem Schweigen kommt. Deshalb sage ich ausdrücklich Ihnen, nie wieder Faschismus.